es gibt einen geilen spot bei der bombe wenn die den kriegen küche da gibt es einen punkt mit dem kill mit dem drone hole hammer also da muss ich wirklich sagen da habe ich mir ein video angeguckt supergeil da kannst du den diffuser schön in der tür platzieren und alle die da dran wollen kannst du durch das drone hole holen und wenn sie dich nicht von draußen weg holen hex würde ich als erster schreien das haben sie wirklich so böse dahin gesetzt aber das kannst du auch counten kann ich alles kommt wenn ich schlau so wenn ich genau wissen dass die gegner sag ich mal der sport kennen stellt sich an schildern ja entweder bist oder du legst einfach eine smoke versteckt hin und war das einfach nur bis die pläne ist ein verblenden und zündest das ding dann genauso wie bei herford base wenn du bombe spielst denn ist meistens wenn du und im keller bis laufen die meistens auf a rein und dann hinten links in der reich und da brauchst du auch eigentlich nur eine smoke unter den tisch klemmen und sobald der unten steht anfängt zu diffusen und zündest das ding ist er super tot oder nicht aufhört die gegner haben eine bombe die gegner haben eine bombe zu kratzen verteidigung entsprechen ich mute hier äh ich bandit hier die komplexe wand ich habe keine mehr ich auch nicht fünf sekunden noch ich werde durch kann ich mal die türen damit zu machen die gegner haben meine schuldung aus hättest du wenigstens die drohne noch beschließen können das ist alles gut ähm blaze outside äh direkt vor der tür b weißt du also die richtung unsere forst hat ein hit gekriegt starte störsender ok er hat auf mich geschossen äh fenster bei a geht auf window at a wenn ihr den glas weg holt kann ich den an a stören ich muss wieder aufpassen einer kommt über den drop ich sehe den glas nicht alter ich höre die ganz nah bei mir aber ich höre keinen einer ist drin der plantet ach quatsch doch da hat er mich gerade zu füßen der fuck einer am fenster immer noch hier bled bled Ich sehe keinen Gegner, wenn ich da dahinter stehe, oder die Map zu wenig. Das war Fuse. Einer einmal noch hier. Scheiße. Der Glass oder der Blackbeard. Wurde gedrohnt. Bei B. Einer in der Falle. Einer down. Window, Window. Wow. Was nice. Nice one. Aber wie die da stehen. Lol. Nice. Jetzt würde ich mich auch immer mit dem Rücken in die Ecke stellen als Angreifer. Okay. Geil. Ja, äh, futzen wir sie mal weg, ne? Ja, ansonsten wäre es ein Ace geworden. Oh, jetzt hat er gelieft. Ja. Möse küsse. Möse küsse. Ihr müsst eure Drohne verwenden um eine Bombe auf den Boden. Ich hasse es, wenn ihr mit der Drohne auf dem Dach spawnt, oder? Warum? Gibt doch die geilen... Ja, aber irgendwie... Das ist so scheiße. Oh, ich habe ein Mute oben. Nein. Oh, lag. Bam. Das ist ein Mute-Ding, oder? Nein. Sind die denn hier oben? Ja, die sind oben auf jeden Fall. Ja, ich wollte doch sagen. 10 Sekunden. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Ja, super. Ja, super. Ja, ja, der eine stand an der Wand. Entschärfer wurde zurückgeholt. Bombe gefunden, gelangt zu ihrer Position und entscharft sie. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Ende. Entschärfer ist jetzt gesichert. Oh. Pieff. Ja, warum kamst du zu den C4? Du warst mit denen. Puh. Gemeinsten, die sind geraten. Lieber ein Reverse. Echt? Achtung, Extertion! Oh, bei mir unten ist einer Immer noch da in der Ecke Oh ja Wie ich denn keinen Hier ist eine Echo Drohne bei mir Da war Echo Hey, clear guys Ich muss rein zum Plan Entschärfer ist online und aktiviert Ein Gegner verbleibt Ach, nö Mist Ja, wenigstens kein Wallhack, ne, Marle Hallo Hacks Hacks Die Kunst beim Wallhack ist es, so lange zu warten Für andere Aufsichtbase und Diamonds zu schießen Nicht so wie die AWP-Kiddies bei CSGO mit dem Hack Die dann so schön über die Wand mitziehen Und dann BAM No aim today Die Bomben sicher Ja, das heißt ja No aim no magic today Potato aim for life Ja, kriegst du noch raus? Ja, ne? Äh, ne, ich bleib jetzt auch mal im Raum, Alter Ach du, nein, ich hab's gerade dort Verstärkung der Wand beendet Don't reinforce there, guys, they can plant there easily Don't reinforce Man, yo Ja, daik'r 3 Er,4 Kein motor Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert Ich habe einen coolen neuen Spot Hier bleib ich jetzt Ich auch der raum ist offen damit rechnen sie nicht aber ich habe die arme nicht wo ist die arme ich hab auch keine arme ich hab ja keine arme gelegt oder? jetzt legt er die arme sorry best time ever ich bin der beste Rook komm, der hat 3 außerhalb 1 at a einer rappelt nevermind guys, i got this side die sind über uns ja ja oh lieber gott bitte lass mich nicht zu tun net noch wieder hast doch überlebt da kommt noch einer oh das war verdammt knapp er hat mich fast gehabt oh lieber gott bitte 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 oh einer ist direkt an der Tür rechte Seite rum ich weiß schon aber ich lieg hier grad so schön ich muss warten bis er im Stachel dran ist oh oh ich versuch's ne das sind halt bloß kleine Löcher wo ich hier durchschauen kann mhm nice das war der von vor der Tür ah help das war der andere der verbleibt help na was zieht ihr denn alter hier vor der Tür fuse 1 hp wo ich sterben bin rechts hihihi ey das hätte keiner sehen dürfen alter was ich da grad gemacht hab hihihi ganz stumpf boom hihihihi ja leute ne und der beste Rook im ganzen Game hihihi 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 oh ich hab die Armor nicht hihihi der hab keine Armor gelegt hihihi da war ja was aah wiss 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 wärs denn random Rook gewesen ja jah ti ja